Eine Sperre bei der Arbeitsagentur kann schnell da sein. Du kündigst deinen Job ohne wichtigen Grund, dann hast du in den ersten drei Monaten deines Anspruchs auf Arbeitslosengeld keine Kohle. Und die Frage ist jetzt, kann ich diese Lücke, diese zwölfwöchige Lücke, mit Bürgergeld ausfüllen? Hallo und herzlich willkommen beim SoVD Schleswig-Holstein. Ich bin Christian Schulz. Wir werden natürlich in unserer Sozialrechtsberatung immer wieder gefragt, wie kann ich das denn jetzt machen, dass ich keine Sperre bekomme bei der Arbeitsagentur? Und da muss man dann immer einfach generell antworten, dass du einen wichtigen Grund brauchst. Also wenn du gekündigt wirst mit einem wichtigen Grund, dann bekommst du keine Sperre. Und auch, wenn es aus gesundheitlichen Gründen jetzt keine andere Möglichkeit gibt, dann wirst du bei der Arbeitsagentur auch nicht gesperrt werden. Wichtig ist eben, dass das gut dokumentiert ist. Von daher immer unsere Empfehlung, lass dich dazu bitte vorher, bevor du die Kündigung aussprichst, auch wenn da wirklich ein wichtiger Grund offensichtlich ist, lass dich vorher persönlich beraten. Denn wenn die Sperre einmal da ist, beträgt die in der Regel zwölf Wochen. Also du würdest drei volle Monate erstmal kein Geld bekommen. Falls die Sperre dann aber doch einmal da ist, dann lautet die Frage oftmals in unserer Beratung, kann ich dann jetzt zum Jobcenter gehen und von dort das Bürgergeld bekommen? Und da haben sich die Möglichkeiten seit Anfang 2023 deutlich verbessert. Denn Anfang 2023 hatten wir ja den Wechsel von Hartz IV, so hieß das früher zwar auch nicht offiziell, aber alle haben es so genannt, von Hartz IV zum Bürgergeld. Und hier gab es zwei wesentliche Erleichterungen für dich in dieser speziellen Situation. Einmal wird dein Erspartes nämlich nicht angetastet, zumindest wenn das nicht mehr als 40.000 Euro grundsätzlich sind. Und du kannst auf jeden Fall auch im Bürgergeld in deiner Wohnung bleiben, ein Jahr lang, bis zu ein Jahr lang, egal wie hoch die Miete ist. Das war früher alles ein bisschen anders. Das heißt, wenn du jetzt wirklich bei der Arbeitsagentur gesperrt bist, über keine anderen Einkommensströme verfügst, also keine anderen Möglichkeiten hast, deinen Lebensunterhalt zu bestreiten, dann kannst du Bürgergeld beantragen. Es geht ja auch erstmal nur darum, diese zwölf Wochen zu überbrücken. Die dreimonatige Sperre. Und noch mal zur Erklärung, weil das oftmals doch die Leute durcheinander bringen. Das Arbeitslosengeld, das bekommst du ja nur, wenn du vorher gearbeitet hast und Beiträge gezahlt hast. Und die Höhe richtet sich danach, was du vorher verdient hast. Und demgegenüber gibt es noch das Bürgergeld. Das bekommst du auch dann, wenn du vorher nicht gearbeitet hast, sondern dass die Voraussetzung hier ist, dass du bedürftig bist. Das heißt, dass du selbst deinen Lebensunterhalt nicht bestreiten kannst. Du hast zu wenig Einkommen, um davon Würde vorleben zu können. Und auch die Person, die mit dir zusammen lebt, kann dich nicht adäquat unterstützen. Wenn das zusammenkommt, kannst du Anspruch auf Bürgergeld haben. Auch dann, wenn du bei der Arbeitsagentur gesperrt bist. Solltest du also Anspruch auf Bürgergeld haben, in dieser ganz besonderen Situation, dann bekommst du das Bürgergeld. Trotz Sperre bei der Arbeitsagentur. Arbeitslosengeld gibt es also erstmal nicht. Dafür Bürgergeld. Aber im ersten Monat wird es das Bürgergeld nicht in voller Höhe geben. Denn du hast ja diese Hilfebedürftigkeit. Davon spricht man dann im Sozialrecht. Diese Hilfebedürftigkeit hast du ja quasi aus eigener Schuld herbeigeführt, indem du deinen Job ohne wichtigen Grund gekündigt hast. Deswegen wird man dich beim Jobcenter sanktionieren in Höhe von zehn Prozent des Regelbedarfs. Also ganz konkret, du bekommst also, sagen wir mal, du bist alleinstehend. Dann würdest du ja 563 Euro monatlich bekommen und zusätzlich noch die Kosten zur Miete. Dann würdest du aber zehn Prozent weniger bekommen. Das heißt 500,76 Euro für den ersten Monat. Also, Frage beantwortet, ja, man kann während der Sperre bei der Arbeitsagentur Bürgergeld beziehen, wenn du wirklich bedürftig bist. Dann allerdings sanktioniert, weil du ja die Hilfebedürftigkeit selbstständig herbeigeführt hast. Es wird auch immer wieder gefragt, wenn jetzt diese Sperre eintritt, ob man sich dann krank schreiben lassen kann, um dann von der Krankenkasse das Krankengeld zu bekommen. Und ob das klappt, habe ich hier beantwortet. Für heute war es das. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage tschau und bis bald.